So, das hier ist Rai. Wieso lasse ich eigentlich dieses Rai-Zeug? Ich wollte doch eigentlich Reis machen, oder nicht? Oder bin ich dumm? Das hier ist Reis. Mach mal. Geht doch. Oh, gleich der nächste daneben gesprossen. Sehr schön. Wie war denn das jetzt? Mit einer Schaufel, ne? Schaufel und dann Rechtsklick. Ja. Wieso verbindet der sich nicht? Braucht der erst Wasser, oder wie? Oh, Alter. Jedes Mal was Neues, ne? 100 Mal jetzt schon, oder mehrfach schon gemacht, aber trotzdem. Jedes Mal was Neues. So, da kommt der hin. Und den Rai-Zeit. Den werden wir einfach mal einlesen. Und dann müsste 1, 1, 1. Natürlich kommt da 1, 1, 1 bei raus. Warum auch nicht? Warum sollte da auch was anderes bei rauskommen? So. Wir schauen uns den da hinten. Der Rai-Apparat, was da jetzt rausgesprossen ist. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich bin gespannt, Freunde in der Nacht. Ich bin gespannt. Wir dürfen gespannt sein. Ja, Neuerungen und so weiter. Kanal betreffend, Stream betreffend. Wird sich auf jeden Fall einiges ändern die nächste Zeit. Da haben wir schon mal eine 9. Aber den packe ich erstmal beiseite. Weil ich lasse dann gleich einen 9 dazwischen spreaden. Und die beiden haue ich dann raus. Also so ist mein Plan in meinem Kopf. In my fucking brain. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Was haben wir denn jetzt an Eisen hier noch? Das ist falsch. Das ist richtig. Ironore. Auch hier müssen wir einmal 8 Stück mindestens vom Brennen. Nehme ich an. Aber eigentlich können wir auch anfangen. Ich habe auch das Rezept vom Pisten, glaube ich, geändert. Habe ich nicht. Habe ich gut gemacht. Sehr gut. Das sollte bedeuten, dass wir... Irgendwo... Und zwar hier. Beim Generator. Ausgerechnet beim Wichtigsten. Einen Hänger bekommen. Ich könnte mir schon wieder mit der Hand direkt so voll ins Gesicht hauen. Warum habe ich denn den Pisten nicht geändert? Sehr gut. Hat er gut gemacht. Der Kleine. Ja, scheiße. Ja, toll. Ja, Mensch. So. Eine Alternative? Gibt keine. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, die Aufnahme unterbrechen und den Pisten schnell ändern. Da bleibt die Frage, was für ein Rezept hauen wir dazwischen. Ich gucke mal, oder wir gucken mal, ob wir hier irgendwie vielleicht ein bisschen Kupfer noch nebenbei finden. Während ich meinen Kopf ein wenig anstrenge. Was wir jetzt alternativ machen können. Gibt es nicht auch einen Generator aus... Ich meine, in Thermal gibt es auch einen. Thermal. Expansion. Ah, hier gibt es die Dynamos, genau. Steam. Magmatic. Compression. Was kriegt denn der? Der braucht Fluids. Der braucht was ganz anderes. Various Objects. Elektro... Ja, da haben wir auch wieder Redstone zwischen. Steam. Der geht auch nicht. Da haben wir auch, glaube ich, nur die Dinger. Hätte ich ja fast schon doch den Mod Immersive Engineering mit reinknacken sollen. Ich glaube, der wäre besser gewesen. Thermal Dynamics. Da sind nur die Leitungen drin. Foundation. Da ist alles andere drin. Underground Beer. Bei Jums. Ja, das Ding ist halt, der Mod ist... Live in the Woods ist halt normalerweise nicht ausgelegt für Energien. Deswegen gibt es hier keine. Was ist denn mit... Buildcraft? Allerdings, Buildcraft fällt mir gerade ein. Ich meine, glaube zu wissen, dass Buildcraft auch Redstone braucht. Und an Redstone kommen wir halt nicht ran. Welcher war denn das von Buildcraft? War nicht Transport, oder? Achso, in Transport bin ich gerade. BC Factory. BC Energy. Ich will das. Da brauchen wir auch wieder. Selbst für die kleinste brauchen wir einen Piston für. Verdammte Axt. Das hier ist natürlich ärgerlich. Weil das ist eben Redstone-Ohr. Das ist jetzt natürlich voll unklug von mir und voll unbedacht gewesen. Das war blöd. Ich hätte... Vor allem... Man muss mal jetzt so sehen. Wenn man die Rezepte umschreibt. Wenn man die umschreibt, dann... fragt er ab, beziehungsweise möchte er gerne, dass man in dem Rezept eingibt, was man dann jetzt Neues drin haben möchte. Und da hätte ich eigentlich drüber fallen müssen, weil er sagt dann nämlich einem, äh, von wegen, ja, ich hätte gerne Piston drin. Oder man schreibt dann halt rein, so, Piston. Wir haben hier noch einen freien Platz. Achso, da hauen wir dann gleich das Rice mal rein. So, dann haben wir das auch schon mal. Gut, anyway, das nützt nichts. Äh, damit wir weiterkommen und damit wir klarkommen, mach ich an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, bis, äh, gleich. So, da bin ich wieder, äh, kleiner Cut für euch. Äh, Stunde für mich. Ich hab das Rezept vom Generator jetzt verändert. Und zwar brauchen wir dafür jetzt einen Stone Gear aus Buildcraft. Tut mir leid, wenn das jetzt nicht in jedermanns Sache ist. Und wenn das auch ein bisschen einfach oder ein bisschen zu einfach ist. Aber, ganz im Ernst, die Frage, die ich mir gestellt hab, eben gerade, während ich das geschrieben hab. Was soll ich machen? So, weißt du, so auf die Schnelle. Nicht, nicht lange Zeit gehabt. Und ich hab auch nur dieses Rezept verändert. Aber die Frage war einfach, was soll ich jetzt machen? Und deswegen hab ich für mich gesagt, alles klar, wir machen ein Stone Gear. Und das Stone Gear, ja, es ist verhältnismäßig einfach. Ähm, wir hätten natürlich auch ein Eisengear nehmen können, äh, etc. PP, äh, something else. Das war mir jetzt Bums. Achso, wir brauchen noch einen Ofen. Warte mal, dafür brauchen wir hier noch einen anderen Cobblestone. Dafür können wir nämlich den Dazit nehmen. Meine ich. Yo. Und das ist auch ein Minecraft-Furnace, sehr gut. Ach ja, Hot Topic, mh, schön. Wir haben ja nur schon einen stehen. Obala. Oder hat sich irgendwas zurückgesetzt? Nee, ich meine nicht. Nein, ist doch egal. So, wir brauchen einen Kupfer. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Und wir brauchen, ja, das ist die Frage. Brauchen wir eigentlich Cobblestone? Ja, wir brauchen Cobblestone. Richtig. Ich hab das nicht hinbekommen, ähm, hier diesen anderen Cobblestone da irgendwie mit einzufügen. So, fertig ist der Generator. Der Generator ist jetzt aber quasi nur so, ja, der Anfang, möchte ich mal sagen. Denn jetzt geht's halt weiter mit Foundry. Foundry, wo haben wir's denn? Mit F. Tiefer? Foundry. Da haben wir's. So, wir brauchen diesen, äh, Induction-Abarillo und dafür brauchen wir Heating-Coil, dafür brauchen wir Refactoring-Casing und wir brauchen Pneumatik-Servo und wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Zink. Das Zink wird niemals reichen. Nö. Ich weiß doch gar nicht, woher ich das ganze andere Zinkzeug hatte. Hm. Kein Plan. Das bedeutet, unterm Strich, ähm, wir gehen jetzt nochmal da runter into se Höhle. Fünfmal haben wir noch ein bisschen Futter dabei. Wir gehen jetzt erstmal runter in ne Höhle. Und schauen mal, ob wir noch ein bisschen Zink und so ein Zeugs finden. Also, ich muss dazu sagen, diese Höhle hier, ich hab sie weiter, als wir jetzt waren, als wir jetzt sind. Weiter hab ich sie mir auch noch nicht angeschaut. Also, ich hab keine Ahnung, was uns hier jetzt noch drin erwarten wird. Oder nicht. Oder sonstiges. Kein Plan. Ich hab keine Ahnung. Ist jetzt halt erstmal nicht so furchtbar spannend, weil ist ja halt noch ohne Mobs. Aber, nee, Leute, das, äh... Muss ich ganz ehrlich sagen, mit Monster jetzt schon spielen, so auf unserem aktuellen Stand, ähm, da weiß ich, wie das Ganze ausgeht. Das wird auch nicht irgendwie für einen Zuschauer lustig oder so, wenn ich die ganze Zeit hier nur am Sterben und, äh, gegebenenfalls auch am Fluchen bin. Ich glaub, da haben wir alle nichts von gewonnen. Alter, was wir hier an Emeralds haben, ist auch geil, ne? Ich glaube, ich hab eben gerade Lava gehört. Ja, hier scheint irgendwo Lava zu sein. Oh, hier so ein bisschen Salz, ne? Für unsere Futterproduktion ist auch immer gerne gesehen. Und noch ein bisschen mehr. Und so ein bisschen verlaufen nachher. Das wird auch noch interessant, denke ich. Ich weiß es nicht. Hier werden wir wahrscheinlich in Hungertod sterben, in dieser Höhle. Falls wir nicht gerade irgendwo in Lava oder so reinspringen. Ich hab mich eben doch nicht wirklich einmal um 100... Lol. Doch nicht einmal wirklich um 180 Grad gedreht. Wie war denn das nochmal? Shift-F3? Oh, dieser Lagomart ist noch dabei. F3H? Shift-H? Ich weiß eben, ich befehle gerade nicht, um den Chunk hier neu zu laden. Pass mal auf, machen wir halt die altmodische Art, ne? Einmal ihmsen, einmal densen und dann geht das wieder los. Und dann sollte der Chunk hier auch wieder da sein. Ich meine, ja klar, jetzt ist natürlich... Der Witz ist jetzt natürlich raus, weil wir wissen jetzt, dass hier irgendwie uns noch einiges erwartet. Unter anderem, ne Kiste. Und die haben wir auch schon gefunden. Patronenhülsen, Pumpkin Seeds, die nehmen wir mal mit. Ich hab keine Ahnung. Ich will's auch erstmal nicht mitnehmen. Ah ja. Die brauchen wir den ganzen Tag nicht. Pile of Ash. Ah ja, komm, die nehmen wir doch mal mit. Ich glaub, die können wir einschmelzen und dann kommt Steel Boy raus. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich hab zwar eben gerade auf U gedrückt, da ist nichts passiert. Aber ich hab festgestellt, in Not Enough Items, äh, gibt's ja auch noch so ein paar kleine, ja wie soll man sagen, Hints, Hints und Kunz. Also auf jeden Fall salz-technisch, äh, nehm ich gerne ein bisschen was mit. Weil Salz ist ja auch so für einige Rezepte mit Pams Harvest Craft nicht schlecht. Und an dieser Stelle möchte ich nur einmal den Tutorial-Kanal für Live in the Woods, äh, erwähnen. Nämlich den Flaschenzug-LP. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was, ein bisschen was mehr noch über Pams Harvest Craft lernen. Und ihr wisst ja, ich mach nur dann Werbung, wenn ich von einer Sache oder einem Let's Player, something else, wenn ich davon überzeugt bin. Ich hab auch nix davon, ich krieg auch nix dafür, wenn ich Werbung mache, für zum Beispiel den Flaschenzug-LP. Ich hab auch keinen Kontakt zu ihm, so an sich. Wow. Aber ich find halt, die Art und Weise, wie er das Ganze gestaltet, also seinen, seinen, äh, seinen Kanal, finde ich gut. Und deswegen hab ich mir gedacht, so, vielleicht mag oder möchte der ein oder andere von euch da auch mal vorbeischauen.